Wirds? 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 Wo ist denn das Ding? Hier? Beim... Fahrzeugding... Hier! Das riesen Ding hier! Ähm... Ich seh wieder mal nichts! Und jetzt? Nö! Okay, das gibt jetzt... Das ist jetzt ein Problem... Wenn du das Ding ja noch nicht mal siehst... Und damit erstmal ein herzliches Willkommen! Wir haben ein kleinst technisches Problem... Er sieht das... Fluggerät nicht... Jetzt seh ich's! Und steck fest! Super! Okay, ich steh... Ich sitze drin... Kannst du auch halten? Ja, bin drin! Okay... Ich habe nur einen Button mit hoch! Das heißt, ich kann anscheinend nicht kontrollieren... Wie, wo, was... Oh mein Gott! Wir starten! Leute, wir starten! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, wir starten! Ich kenne grad... Wir haben ein leeres Lager... Also so gut wie leeres Lager jetzt mitgenommen... Äh... Ja, ich habe ein bisschen Flugzeugs mitgenommen... Okay... Äh... Ich hab jetzt... Ich glaube, du kannst da jetzt anklicken, wo du hin möchtest... So wie das aussieht... Äh... Oh! Wow! Ja! Hier ist unser Zuhause! Da kann man... Carg! Wir landen mal auf Carg! Das ist das nächste, wo wir rankommen würden... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab... Wir haben genug... Äh... Treibstoff... Ich hab ein bisschen was noch zur... Zur Reserve mitgenommen... Äh... Der Tank sieht doch noch gut aus... Ja... Was mich jetzt verwirrt... Ich kann schon wieder... Obwohl ich doch schon das ausgewählt hab... Ich glaub jetzt kannst du eine Landezone wählen, oder? Nö... Nö... Ich kann hier eine... Ich hab so blaue Kuppeln dargestellt... Soll ich mal eine davon anklicken? Mach du mal... Mach mal... Also... Wir landen! Wir landen! Oh Gott! Langsam! Langsam! Bremsen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ob ich mich jemals wieder zu nachhause finden? Okay, ich seh hier... Irgendwie schon mal jede Menge von Forschungsteilen... Ähm... Frage ist... Wie baut man hier? Wir landen jetzt hier sozusagen ein neues Zuhause auf... Anscheinend so und dann wahrscheinlich auch das Symbol dort... Wollen wir das mal tun? Wollen wir hier eine Station bauen? Macht Sinn, oder? Ja... Okay... Äh... Was ist denn das denn hier jetzt? Ich hab keine Ahnung... Okay, hier müssen wir aber am Platz jetzt sparen... Also jetzt dürfen wir nicht so freizügig arbeiten... Wir haben nämlich hier anscheinend in der Gegend erstmal nicht so viel... Nur... Weg, 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 weg... Okay... Dazu brauchen wir erstmal... Forschung macht Sinn... Hast du gemischt? Ich glaube eins... Oh, das ist viel... Das würde auch reichen... Super... Damit können wir nämlich jetzt weiter forschen... Hast du hier schon was gesehen zum forschen? Äh... Ja... Oh ja... Ich hole was... Oh... Wonach sieht das hier aus? Das sieht irgendwie... Das sieht irgendwie... Aber nun würde also keine Energie... Ja, du musst da echt aufpassen... Okay... Ich hab auch schon mal ein Forschungsteil... So... Ähm... Da ist irgendwas zum abbauen... Dahin lege ich mal ne Leine... Oh... 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 Gut... Erste Forschung können wir auch schon direkt starten... Das tolle ist... Vielleicht durch die Forschung gehen wir das Gemisch... Oder Titan... Ja... Brauchen wir nicht... Nächstes... Ah... Du hast das Teil da... Okay... Du hast das drauf gesetzt... Alles klar... Sehr cool... Sehr gute Idee... Ja, ich hab mir extra Sauerstoff mitgenommen... Und ich kann nicht besser weiter laufen... Jetzt beobre ich das Zeug... Ich stecke gerade in Not... Aluminium brauchen wir nicht... Im Moment zumindest nicht... Irgendwas mal daneben... So... Einmal Harz habe ich noch... Ein bisschen haben wir ja vorbereitet... Zum mitnehmen und so weiter... Aber dann ist jetzt aber auch Sense... Dann fehlt mir das... Okay... Ich kann wieder starten... Oh... Das ist ein Forschungs... Das ist ein Forschungs... Bei mir stand nicht, was es geworden ist... Ja, bei mir ist recht nicht... Ha... Okay... Wir brauchen so ein Windteil oder sowas... Hast du noch Harz? Wenn ja... Dann einmal auf das andere Teil da... Beide drauf packen... Ähm... Ich guck mal nach... Ob das Raumschiff schon nachgefüllt werden kann... Jo... Eineinhalb... Dieser Kanister hat es nur... Äh... Gekostet hierher zu düsen... Das ist ja schon mal nicht schlecht... So... Und jetzt brauchen wir die Schmelze... Schmelze... Gemisch... Boah, du forschst... Ich hol grad die nächsten Forschungsdinge... Okay... Ich glaub hier gibt's echt nichts zu holen... Hier kann man nur zur Forschung herkommen... Ja... Wir brauchen aber trotzdem irgendwo jetzt... Äh... Gemisch her... Wow... Ein Loch... Irgendwo brauchen wir trotzdem Gemisch her... Irgendwo her... Irgendwo her... Irgendwo her... Hm... Ja... Sonst kommt nämlich nur einer von uns wieder hier weg... Ja... Ich lauf mal den Berg da hoch... Vielleicht seh ich dann von da aus bisschen besser was... Boah, das hört sich voll gruselig an... Boah, das hört sich voll gruselig an... Boah, das hört sich voll gruselig an... Organische Ressource... So ein kleines Ding... Ich seh echt keine Rohstoffe oder sonst irgendwas hier wirklich... Ich seh echt keine Rohstoffe oder sonst irgendwas hier wirklich... Okay... Dann gucken wir... Warte... Warte... Ähm... Ja, die nächste Forschung... Jep... Der Drucker... Der Drucker hat das Teil geboren, ne... Drucker... Da brauchen wir Kupfer... Hab ich einen... Okay... Es scheint eine Forschung gewesen zu sein... Ich hab nämlich nichts gekriegt... Äh... Ich hab auch nichts gesehen... Oh... Wieder eine Forschung... Vielleicht sieht man das nicht, weil man es schon gekriegt hat... Ja... Möglich... Wieder nicht... Und kein Saft mehr... Gut... Ja, jetzt brauchen wir Kupfer... Das heißt, wir brauchen... Echt erstmal die Schmelze... Die Schmelze kostet... Gemisch, glaub ich, zwei... Ja... Ähm... Wo brauchst du Kupfer? Ich hab zwei Kupfer... Ne... Einen Kupfer hab ich... Ja... Du hast wahrscheinlich nur einen... Und zwar für... Den Drucker... Aber wir brauchen erstmal die Schmelze... Um das Kupfer abbauen zu können... Weil das gibt es hier nämlich... Also wir brauchen auf jeden Fall einmal Gemisch... Das Problem ist, ich hab schon ein bisschen in der Umgebung gekupft... Und nichts gefunden... Weil sonst kommen wir bei... Okay... Von den Planeten beide nicht runter, ne... Es ist... Ja, ansonsten muss einer eben fliegen und nachschubolen... Hä, das ist hoch... Ich mein ja, okay... Ähm... Ich guck mal, ob... Von dem Gap da... Hier grad ist voll... Äh... Okay, das ist nichts... Hm... Oh, ich glaub, der extra Lufttank war ne gute Idee... Haha... Okay... Ich starte die Forschung wieder... Bin unterwegs... Hydra ziehen... Oh gut... Oh, nicht unbedingt... Bitte gemisch... Bitte gemisch... Bitte gemisch... Bitte gemisch... Kupfer... Okay, ja gut... Dann bauen wir das direkt... Statt die Schmelze... Bauen wir direkt den Drucker... Wo ist dein Kupfer? Runde... Runde... Drauf und bauen... Und ich baue... Ich hole mal die nächste Forschung für Zeit mit... Sehr gut... Sehr, sehr, sehr gut... Und was haben wir hier noch... Okay, gut... Boah... Das war jetzt nicht mehr nötig, aber okay... Hinten war noch eins... Ich laufe nochmal... Alles klar... Ich glaube hier in die Richtung waren auch noch eine Farbe... Okay, ich habe eins... Alles klar... Das funktioniert auch wunderbar... Also wir werden jetzt auf jeden Fall hier viel forschen können... Ich hoffe wir schaffen das auch... Lebend auch wieder zurück... Ich will immer noch Gemisch haben... Hättest du nicht gedacht, dass du nochmal nach Gemisch schreist, oder? Ne... Das hätte ich echt nicht gedacht... Lithium! Geil! Sehr geil... Okay, ich hole nochmal... Und halt mal die Augen offen... Vielleicht ist ja doch hier irgendwo ein Gemischfeld oder so... Vielleicht nur weiter weg oder so... Ne, da hinten irgendwas Rotes... Ah, ne... Ist wahrscheinlich nichts... Aber Rot ist glaube ich... Ähm... Hupfer, glaube ich, oder? Ne, das war eher so... Beige... Farben, glaube ich... So, und... Wieder zurück, wer jetzt so schön ist... Ach, hier ist eine Höhle... Cool... Können wir auch nochmal bei Weltzeiten gucken... Aber wir brauchen dringend Gemisch... Weil wir brauchen auch Verbindungsstücke... Weil wir brauchen auch Verbindungsstücke... Um da lebend rein und raus zu gehen... Ich bin durch den Boden durchgepackt... Oh nein... Und äh... Hab jetzt gerade... Ach... Gott sei Dank... Er konnte mich retten... Oder auch nicht... Jetzt bin ich schon wieder durch den Boden durch... Okay, warte... Ich komme... Hier muss... Bei der Höhle muss man äußerst vorsichtig sein... Konntest du dich rausgraben? Ja, ich bin draußen... Aber ich versuche immer noch anderen... Okay... Was auch immer das ist, ranzukommen... Au... Okay, ich lasse es mir zu gefährlich... Weil der Boden dann dauernd wegpackt... Okay, ich laufe auch zurück... Zurück... Ja, zwei Stück habe ich... Okay... Dann starten wir mal... Ist nämlich gerade auch wieder hell... Macht Sinn... Hartz... Ja gut... Okay... Das ist auch etwas... Was man hier... Gebrauchen könnte erstmal... Ja... Macht Sinn... Ich sehe... Einen Gemisch... Hab ich sogar noch... Aber... Einen Gemisch nutzt wahrscheinlich nicht viel, ne? Ähm... Denken da hinten... Hast du auch zufällig einmal Hartz noch? Nee... Okay... Dann fehlen uns jetzt zwei Hartz... Und das Gemisch Zeugs... Äh... Das ist doof... Ja, wenn man das vorher nicht weiß... Ja, wir haben uns ja versucht vorzureiten... Aber ich kenne das ja... Genauso wie bei den anderen Spielen... Wir bereiten uns... Meiner Meinung nach... Immer ganz gut vor... Und dennoch... Passiert wieder was... Wo man dann irgendwie... Gar nicht so vorbereitet ist... Okay... Was haben wir denn jetzt hier... Mal noch... Windturbine... Zwei Aluminium... Hast du zufällig noch ein Aluminium? Äh... Wenn, dann habe ich es da hingeschmissen... Ich habe mich eben mal... Aussortiert... Okay... Guck ich mal kurz bei mir... Nee... Also ein Aluminium fehlt noch... Dann könnten wir eine Windturbine machen... Dann kriegen wir vielleicht hier dauerhaft ein bisschen was an... Aber wenn das ein Mond ist... Hat der wahrscheinlich nicht genug Atmosphäre für Wind, oder? Keine Ahnung... Das... Wollte ich ja ausprobieren... Aber wir haben sowieso den Platz nicht... Fällt mir gerade ein... Verdammt... Ich sehe die Markierung von zuhause nicht mehr... Oje... Ich habe gemischt gefunden... Ich weiß noch nicht wo ich bin... Aber es gibt hier gemischt... Ich finde dich leider gerade nicht... Ja... Ich weiß auch nicht wo ich bin... Da werde ich wahrscheinlich drauf gehen... Wenn Sauerstoff geht zur Neige... Etwas weiter nach rechts... Genau... Fuck... Ich kann dir leider auch nicht mit Sauerstoff helfen... Ah... Okay... Okay... Ich schaff's... Wenn es so bleibt... Schaff ich's... 25... Komm schon... Du musst nur bis zum Raumschiff kommen... Bis hier wo ich stehe... Und... Ah... Ne... Ich schaff's nicht... Lauf... Ein kleines Stück noch... Ich habe ersticken... Ah... Oh Gott... Geschafft... Sehr geil... Okay... Wir brauchen jetzt sozusagen... Oh... Forschung... Moment... Ich gucke... Na... 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 Äh... War jetzt... Das war jetzt echt hilfreich... Also ich habe einmal gemischt... Wir könnten Verbindungsstücke bauen... Beziehungsweise... Du hast ja noch Verbindungsstücke... Du könntest doch welche bauen... Wohin? Ja... Zum Gemisch... Okay... Ne... Nicht vom Raumschiff aus... Das ist doof... Von dem Teil hier aus... Von zu Hause hier... Das wäre sinnvoll... Gut... Ne... Ich kann halt nicht in zwei Richtungen... Gleichzeitig gucken... Das macht die Sache... Ja... Verbindungs nicht... Ah... Jetzt... Okay... So... Wie wir dann zum Gemisch kommen... Seht ihr in der nächsten Folge... Ich hoffe wir überleben auf dem Mond... Schaut vorbei... Ob wir tatsächlich überleben... Bis zum nächsten Mal... Macht's gut... Tschüss... Bis zum nächsten Mal... Ciao...